Hallo und willkommen zurück zur nächsten Folge Dirt Showdown mit mir, Reifinger IP. Ihr seid gerade richtig, weil wir hier ein Head-to-Head-Race in Los Angeles vor uns haben. Und das werden wir auch mal gleich in Angriff nehmen. Pacific Arena Rush. Head-to-Head, bin ich mal gespannt, gegen wen ich wieder fahren darf. So, ich glaube diesen blöden Mini habe ich mir erst gekauft, dafür habe ich nicht genug Kohle. Was gibt es denn nochmal für Autostation? Was habe ich da hinten? Mit ein bisschen besser, ey, gut. Ich glaube, ich fahre einfach mal den Mini-Kooper. Den fände ich mir witzig. Und wir nehmen das liebe Simpsons ein. Schön Kuntop-Head. In Los Angeles Head-to-Head, das könnte wieder gefährlich werden. Ich bin mir nicht sicher, ob ich das gleich beim ersten Mal schaffe. Ihr euch wahrscheinlich genauso wenig. Ja, danke für die Unterstützung. Simps. Irgendwie witzig den Kleinen. Kann man nichts sagen. Auch hier schön, dass der Sinde irgendwie offen steht hier, das Ganze. Aber gut, kommt mehr Luft rein wahrscheinlich. So. Also. Ich setze mich mal ordentlich hin. Wir versuchen, ich kann doch sehen, wie die Mäller ist. Los! Wir werfen einander den Federhandschub vor die Füße. Oh. Das Klingel drittet hier. Da ist der Herr. Endlich erströmig. Das war so süß, dass wir die Zähne wehtun. Das kann ich gleich vergessen. Neustart. Ist aber auch keine einfache Strecke. Bisschen. Bisschen. So. Nochmal das Ganze. Die erste Runde hat nicht stattgefunden. Die Zeit. In der Ausforderung stehen, dass die Lone beginnt. So. Mini. Ich denke, ich bin auch das hier für Begriffspiel. Aber jetzt fangen wir hier rechts raus. Und dann ist es korrekt. Gigantische Moves. Aber jedes Mal fahre ich da aufgesehen. Und schon wieder. Aber stimmt dann. Ich bin ja schon wieder hier. Nein. Okay, okay, okay. Unglaublicher Prokurve. Diese Kacke ist quasi nicht für die Zähne. Ne. Nicht wirklich, oder? Nicht wirklich. Ich hab mal wieder zu. Was soll's denn Down-Out fahren, ne Pfeife? Ohne Probleme. Okay, ich kämpfe aber schon mit dem Ziel. Und er ist im Ziel. So bin ich. Ich bin gar nicht im Ziel. Trink. Ja. Knapp ist weiter geworden, würde ich sagen. Knapp. So. Ich glaub beim Drift hab ich das Ganze vergeigt. Auf stark. Vielleicht ist auch die Karre nicht der Hit. Ja. Ja. Jetzt ist volle Konzentration. Volle Konzentration. Das war gut. Na, diesem Drift überhaupt. Ja. Na, der ist schon wieder drüben unterwegs, wenn man sich. Steilisch. Steilisch. Steilisch, kann ich noch mal. Okay. Dann machen wir so. Der Trend ist schon wieder drüben unterwegs, wenn man sich. Das ist nicht schwer. Das ist nicht schwer. Der ist im Ziel. Oh, das war aber knapp. Seht ihr da hinten? Da war er hinter mir. Aber ich bin der Erste. Gut. Das wollten wir doch so. Wir müssen nur schade, dass wir im zweiten Rennen irgendwie hier auch ein bisschen Gas geben können. Die Post. Letzte Runde. Letzte Chance. Wieder. Herrlicher Drift, das nenne ich Fahrzeugbettaschung. Anse Drift, das nenne ich Fahrzeugbettaschung. Vorher. Da werden die Gesetze der Physik außer Kraft gesetzt. Ich habe das Ganze ja nicht ausgesagt. Okay. So nach außen statt. Drifteln. Und springen. Und nicht hängen bleiben. Boah, ich dachte schon, ich war voll gegen die Waffe. Und ich bin irgendwie noch Erster geworden. Heiliger Stoß. Was war das für ein Rennen? Puh. Puh. Na ja. Wir haben ihn geschafft. Aber der Mini, da braucht man immer schweres. Ich sag nur. Er kann sich auch denken. Ich sage, hey. Scheiß Mini, hey. Ja, danke Mini. Das ist mir den ersten Platz gerettet. Wo es irgendwie ziemlich schwer war. Aber gut. So ist es nun mal. Ein Autoratschlag. Und fette, fette Kohle dazu bekommen. Das ist voll. Oh, Musa. Gebetrieb. Was für ein Beast. Was für ein Beast. Schön. So. Erster Platz. Und. Endpage freigeschalten. In Los Angeles. Wir machen Race Off. In California. Zwei Phasen. Drei Runden. Auf geht's. Wir kaufen uns mal. Kaufen uns hier was Neues. Wie ich schon mal sagen. Jupiter Son Marino. In Chupu. Dein. Longaventurer. Natürlich. Wir müssen es auch kaufen. Geiler Wurst. Okay. Upgrade. Nice stone. Ja. Kommt mal rein in den Schiff hier. Da. Ja. Auf geht's. Und. Die letzten 5000. Nach der Effekt. Rucht dir 5 bis an die Wurzeln. So. Krieg er nur wohl rein. Krieg er nur wohl rein. Was geht? Nein. Snap on. Snap. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Na, die G-Science. Was ist denn immer denn da? Hier. Ich würde sagen. Da liegt ein Futter. Also. Race Off. Da bin ich immer gespannt. Wie ich mich mit dem neuen Auto so schlage. Auf jeden Fall geiles Gerät, ey. Muss man wirklich sagen, ey. Die Maskenklasse in Amerika. Ah, die wissen schon, was sie machen. Sprich. Gas. Höhö. Auf dem Jahrmarkt hängen wir rum. Gut. Dirtstrecke. Los. Geht die Post. Heute ist Tuchspannung garantiert. Entweder du bist hier oder du bist raus. So. So. Nichts Wiederholung hier. Spott. Falsches Menü. Neu starten. Neu starten. Das war jetzt ein bisschen doof. Wenn ich rück euch. Das ist jetzt schrecklich gewesen. So. Los. Das war euer Moskenspiel. Hier ist anders. Hoffentlich. So. Jetzt fahren wir mal ausgeland. Was hier schon gefeiert hat. Das ist ganz schön schwer. Und behemmig. Der Hesse. Macht sich schon den Weg frei. Es geht hier so. Und. Was. Ich hab was. Du musst nicht springen. Aber. Kannst du weiter. Der Sprung hier. Wohnt. Tja, ich will nicht gleich nach achten, wenn der zu weiter geht hier. Jetzt halten wir uns den Kulte vorne weg. Hier haben wir den Heck. Ah, zu weiter sind wir vor, oder? Boah, cool! Frontalzusammenstoß! Gut, also Zweiter geht doch eigentlich. Ja, wir sind Erster. Hätte ich jetzt nicht gedacht, aber wir sind Erster. Und warum auch nicht? Warum auch nicht, ja. So, jetzt kommen wir in den Schmuggel vorne. Dann müssen wir in der Hand drüber. Hey, hey, yeah! Und, und, und die Flore hier. Das ist super. Auch vom Gas. Dass wir hier völlig nichts aus der Bappe schieben. Das fahren können die Leute ja auch. Ganz toll. Hier fahren wir den ersten Platz und sie hier. Wir sind in der zweiten Runde vom Rein. Schön, dass wir da sehr spannend sind. Vorher haben wir dieses schicken Rechtsbewege, die keine Wassergegeben haben. Und die Flore hier. Und dann haben wir reicheln. Das ist so völlig egal. Ja, und das ähm, Uf, äh, gerade sind wir mit dem Schiff gekommen. Nicht ganz so einfach. Und jetzt haben wir zu machen, noch ein paar Schaden. Für euch. Und jetzt kommt die letzte Runde. Die letzte Runde, ja. Und Baby Boost. Das hätte mir da kein Mensch zu bringen, als doch zu sehen schon, aber nicht wirklich in der Eichweite. Wie gesagt, da müssen wir sie dann machen. So 80 Tage lang, das ist so viel hier, würde ich sagen. Da ist der Freund, der so abgekackt, und der rückert schon in der Karte gestanden. Da ist doch einfach so, dass er sich wieder rückwürdig ist. Was haben wir jetzt für Seiten? Also, ich war hier ruhig mal der Bunde zu Ende. Und wie drüber, da haben wir schon das Strom immer hier, also so zu dem Probe, sicherlich. Aufs Auge, sozusagen. So, ich hab's mit dem jetzt zur Rechtsprobe. So, da kommen wir unsere Reifen, wir fahren unser schönes, wie große, zum Beispiel der Glücksrad. Und jetzt müssen wir auf die Eichweite und dann starten wir sie einfach mit. Genau, da sind wir. Und welcher Platz sind wir natürlich? Der Start! Wunderbar! Und mit diesem Ergebnis würde ich sagen, verabschiede ich mich für diese Session und weiter geht's mit dem zweiten Teil in der nächsten Folge. Bis dann! Ciao! Ciao!